Das Recycling-Problem in Deutschland ist gelöst und trotzdem funktioniert es nicht. Warum? Hallo, ich bin Christoph von mobil-sicher. Deutschland hat eine schlaue Lösung, um mehr Elektroschrott zu sammeln. Das Problem ist, kaum jemand weiß davon und deswegen macht auch kaum jemand mit. Oder wusstet ihr, dass ihr euer altes Handy, euren kaputten Laptop oder sonst viele Geräte einfach so im Supermarkt abgeben könnt? Eben. Nur jedes zweite Elektrogerät, das in Deutschland auf den Markt kommt, wird am Ende seines Lebens anständig entsorgt. Das heißt, bekommt die Chance, wiederverwendet oder recycelt zu werden. Nur jedes zweite Elektrogerät. Woanders klappt das deutlich besser. Zum Beispiel direkt nebenan in Polen, da bleibt nur jedes fünfte Elektrogerät auf der Strecke. Und auch direkt nebenan in Österreich, da auch nur jedes vierte. Alle anderen Geräte wandern, wie es sein soll, ins E-Schrott-Entsorgungssystem. Einen ausführlichen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich, den findet ihr in unserer Folge 1 zu 0 für Österreich. Warum Deutschland bei alten Handys der Loser ist. Und da erfahrt ihr auch ganz, ganz viel über das E-Schrott-Sammelsystem in Deutschland. Alte Handys, Laptops, Rasierapparate, Epiliergeräte, Blutdruckmessegeräte und so weiter, nicht zu recyceln. Da gehen so viele Rohstoffe verloren, das können wir uns im Prinzip eigentlich gar nicht leisten. Dass zu wenig alte Elektrogeräte anständig entsorgt werden, das bedeutet aber fürs Recycling einfach nur ein Scheitern. Denn um alte Geräte wiederzuverwenden oder zu recyceln, ja, dafür muss man sie erstmal anständig sammeln und dafür müssen sie anständig entsorgt werden. Smartphones zum Beispiel sind weit mehr als einfach nur Plastik und Glas. In einem Smartphone stecken über 60 verschiedene Elemente, von denen viele selten sind oder unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Mehr zu Rohstoffen im Smartphone erfahrt ihr in einer eigenen Folge von uns, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. All diese Ressourcen, die in einem Smartphone stecken, die leisten da schlicht Unglaubliches. Mehr als eine Million Mal größer ist die Rechenleistung eines aktuellen Smartphones als die des Bordcomputers der Apollo 11. Und mit der Apollo 11 sind wir immerhin zum Mond geflogen. Natürlich müssen wir die Ressourcen, die in diesen Dingern stecken, wiederverwenden. Und technisch geht das auch. Sicher, Recycler könnten noch mehr aus den alten Smartphones rausholen. Mehr dazu in unserer Folge zur Recycling-Magie. Aber das ist nicht das vorrangige Problem. Denn es wird schon viel rausgeholt. Wenn jetzt ein Smartphone im Recycling landet, dann kann man mindestens die Edelmetalle und das Kupfer wiederverwenden, was in dem Smartphone steckt. Das ist schon gut. Unser Recycling-Problem ist in erster Linie ein E-Schrott-Sammelproblem. Dass unser E-Schrott-Entsorgungssystem nicht ideal ist, das hat auch die Regierung festgestellt. Deswegen gibt es seit Mitte 2022 ein neues Gesetz, das helfen soll. Der Plan. Wenn man will, dass Bürger ihren E-Schrott abgeben, dann muss man erstmal dafür sorgen, dass es Orte gibt, wo man den E-Schrott abgeben kann. Und dass diese Orte auch gut erreichbar sind. Die Herausforderung. In Deutschland gibt es gar nicht so viele Orte, wo man seinen E-Schrott abgeben kann. Traditionell bringt man sein Waffeleisen nämlich zum Wertstoffhof. Und Wertstoffhöfe, davon hat zum Beispiel Österreich pro Kopf immerhin fünfmal so viele wie Deutschland. Deutschland hätte also, um das Sammelproblem zu lösen, beschließen können, mehr Wertstoffhöfe zu bauen. Das hat Deutschland allerdings nicht getan. Mal eben so über 10.000 Wertstoffhöfe aus dem Boden zu stampfen, das hätte mit Sicherheit auch eine Weile gedauert. Das Problem wäre also frühestens in ein paar Jahren gelöst gewesen. Stattdessen hat Deutschland etwas anderes beschlossen. Im Elektronik- und Elektrogerätegesetz steht nämlich, dass Supermärkte und Elektrofachmärkte E-Schrott annehmen sollen. Ich finde übrigens, das ist eine sehr gute Idee. Supermärkte und Elektrofachmärkte, die sind ja eh schon da. Und sie bilden ein dichtes Netz, die sind bei jedem halbwegs in der Nähe. Was in der Theorie so gut klingt, wie gut funktioniert das denn aber in der Praxis? Bringen jetzt alle ihre Geräte anständig weg, seit es so einfach ist, sie zu entsorgen? Nö, sieht schlecht aus. Tatsächlich ist das geltende Gesetz, nach dem man Handys und seine Verwandten in Supermärkten und Elektrofachmärkten abgeben kann, nahezu gescheitert. Woran liegt's? Ist die Idee gut, aber die Welt noch nicht bereit? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich glaube, die Idee ist gut und die Welt ist total bereit für sie. Ich habe zumindest schon lange niemanden mehr darüber schimpfen hören, dass er seinen Müll trennen muss. Und selbst Wursthersteller schreiben ja jetzt auf ihre Verpackungen drauf, dass sie zu 215% aus recyceltem Material bestehen. Es liegt nicht an irgendwelchen Gemütszuständen. Das Gesetz, das wird einfach nicht ordentlich umgesetzt. Und wo da der Fehler liegt, das ist ja absolut offensichtlich. Denn wie wir alle wissen, wissen wir halt eben nichts. Dass ich meine alten Elektrogeräte einfach so im Supermarkt oder Elektrofachmarkt abgeben könnte, wenn ich nicht zufällig bei diesem Projekt hier arbeiten würde. Ja, davon hätte ich ja nie was erfahren. Aber wenn man schon im ganzen Land tausende neue Abgabestellen für E-Schrott schafft, sollte man dann nicht vielleicht auch dafür sorgen, dass alle davon wissen, dass es diese neuen Abgabestellen jetzt gibt? Ja, natürlich. Und tatsächlich hat man das im Gesetz auch bedacht. Das ist eine einfache und wirksame Methode. Wir sind ja eh in den Geschäften und dann sehen wir die Schilder und beim nächsten Mal bringen wir dann unseren E-Schrott mit. Top! Das Problem ist, ich habe so ein Schild noch nie gesehen. Und ich bin nicht der Einzige, der keine Schilder sieht. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat schon Ende 2022 beanstandet, dass die Geschäfte ihre Informationspflicht schlecht oder gar nicht umsetzen. Kontrolle wäre besser. Und damit ist die ganze tolle Idee von tausenden neuen Sammelstellen einfach so dahin. Denn die ganzen schönen Supermärkte und Elektrofachmärkte, die haben offenbar Lust, erst mal zu testen, wie ernst diese ganze E-Schrott-Sammelgeschichte überhaupt genommen wird. Kann man die nicht vielleicht unter den Teppich kehren, einfach mal stillhalten und gucken, ob überhaupt was passiert? Dazu passt auch ein anderer Befund der Deutschen Umwelthilfe. Denn nicht nur werden die Kunden nicht anständig über die Rückgabemöglichkeit informiert, wenn dann mal ein Kunde mit Elektrogeräten tatsächlich kommt, dann wird ihm wohl auch die Annahme verweigert. In diesem Sommer hat die Umwelthilfe Aldi Süd und Lidl deswegen erfolgreich verklagt. Die Discounter sagen, ja, aber das sind trotzdem alles Einzelfälle. Und die Politik laufen jetzt überall OrdnungsamtsmitarbeiterInnen durch Supermärkte und Elektrofachmärkte und schauen, ob wenigstens diese Text- und Bildtafeln im unmittelbaren Sichtbereich des Hauptkundenstroms hängen, wie es sein soll? Nein. Das Reaktionsschema der Politik auf die Verweigerungshaltung der Händler, das ist durch und durch passiv. Statt die Geschäfte in die Pflicht zu nehmen, geht das Bundesumweltministerium jetzt so weit und klebt selbst Plakate. Jeder Toaster zählt, entsorge deinen E-Schrott kostenlos auf dem Wertstoffhof oder im Supermarkt für die Wiedergewinnung wichtiger Ressourcen. Das ist schon ein bisschen witzig. Da ist sie, die geballte Exekutivmacht des Staates, ein Werbeplakat am Straßenrand. Kleine Tat, ja. Große Wirkung, eher nicht. Jedenfalls kann das die Information, die die Geschäfte bereitstellen müssten für die Kunden, definitiv nicht ersetzen. Im Gegenteil, es wäre sinnvoll, die Bestimmungen für die Geschäfte sogar noch mehr zu präzisieren. Wie soll zum Beispiel gesammelt werden? Dass ich einfach nur die Möglichkeit habe, mein Smartphone abzugeben, ist ja schon gut. Aber es kommt halt auch sehr darauf an, wie sichtbar diese Möglichkeit ist und wie leicht ich sie umsetzen kann. Für alte Batterien stehen ja zum Beispiel an Kassen immer so Boxen rum, wo ich die einfach reinschmeißen kann. Das ist super. Die sehe ich jedes Mal, wenn ich in dem Geschäft bin und weiß, wenn ich das nächste Mal hier bin, dann bringe ich einfach meine Batterien mit und dann kann ich die da einfach reinwerfen. Das ist total praktisch. Solche Boxen könnte zum Beispiel das Gesetz auch für Supermärkte und Elektrofachmärkte vorschreiben für alte Handys. Das wäre super sinnvoll und man könnte das auch noch richtig leicht kontrollieren, ob diese Boxen wirklich an der Kasse aufgestellt werden. Das könnte die Regierung ohne weiteres machen. Dass das Bundesumweltministerium grundsätzlich dazu bereit ist, das Gesetz noch weiter zu verbessern, das scheint so. Zumindest arbeitet man da aktuell an einer neuen Version des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes. Die Änderungen, die kommen sollen, die sind aber nicht so ambitioniert, wie es sich zumindest die Entsorgungswirtschaft gewünscht hätte. Man spricht da eher so von minimalinvasiven Eingriffen. Die vorgesehenen Änderungen, die betreffen hauptsächlich die Frage, welchen E-Schrott ich abgeben kann und wo ich das machen kann. Und da wir jetzt schon mal dabei sind, ja, wie ist das denn eigentlich? Welchen E-Schrott kann ich denn wo abgeben? Ein kleines Service-Segment. E-Schrott richtig abgeben. Dazu erstmal ein Hinweis vorab. Wenn ihr ein Smartphone abgeben wollt, das noch funktioniert, dann sind Supermärkte und Elektrofachmärkte nicht die beste Adresse für euch. Zumindest, wenn ihr euch um Nachhaltigkeit kümmert. Dann ist es besser, ihr gebt euer Smartphone an ein Projekt, das ordentlich überprüft, ob man das Smartphone noch wiederverwenden kann. Denn das ist nicht bei jeder Abgabestelle der Fall. Mehr dazu in unserer Folge Vorsicht vor Wertstoffhof, Elektromarkt und Co. Da haben wir alle Abgabeorte für Smartphones gerankt. Aber bei euren kaputten Handys, Toastern, Epiliegeräten und Taschenrechnern, da sind Supermärkte oder Elektrofachmärkte eine sehr gute Wahl. Zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ihr euren E-Schrott im Supermarkt bzw. im Elektromarkt abgeben könnt. Erstens, euer E-Schrott, der darf nicht zu groß sein. Und zweitens, das Geschäft, in dem ihr ihn abgeben wollt, das darf nicht zu klein sein. Für uns, die einfach nur ihre alten Elektrogeräte loswerden wollen, ist da eine Neuerung, die kommen soll für das Elektro- und Elektronikgerätegesetz auf jeden Fall gut. Und diese Änderung hat mit 50 Zentimetern zu tun. Denn das ist die neue Seitenlänge, die bemisst, ob ihr euren alten E-Schrott im Supermarkt und Elektrofachmarkt abgeben könnt. In Zukunft sollen alle Geräte, die abgegeben werden dürfen, nämlich an ihrer längsten Seite genau dieses Maß haben, 50 Zentimeter. Das ist immerhin eine Verdopplung. Aktuell gelten 25 Zentimeter als längste Seite. Für Smartphones spielt das keine Rolle, für viele Laptops aber zum Beispiel schon. Die liegen aktuell blöderweise genau an dieser 25 Zentimeter Grenze. Eine Verdopplung auf 50 Zentimeter ist auf jeden Fall gut. An anderer Stelle ist der Entwurf eine Enttäuschung. Und zwar bei der Ladengröße. Aktuell ist es so, dass Elektrofachmärkte keinen E-Schrott annehmen müssen, wenn ihre Verkaufsfläche geringer ist als 400 Quadratmeter. Bei Supermärkten liegt diese Grenze sogar noch höher, bei 800 Quadratmetern. Und auf den ersten Blick macht das durchaus Sinn. Denn wer will schon jeden kleinen Kiosk zumuten, jetzt auch noch E-Schrott anzunehmen. Aber 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bei Supermärkten, das ist, schaut man mal genauer hin, wirklich erstaunlich schlecht gewählt. Als hätte man irgendwie beim gemeinsamen Beamten-Brainstorming einfach mal so voll daneben gegriffen. Mist. Denn die meisten Discounter, die haben eine Verkaufsfläche, die genau um diese 800 Quadratmeter rumliegt. Nicht gut. Das ist einfach so dumm. Verstehst du? Ja. Das ist so dumm. Also es ist so dumm, dass man schon fast glaubt, es ist Absicht. Ja, ja. Das klingt so, als hätten da irgendwie... Oder? Als wäre da richtig krass diese Macht der Lobby. Ja, auf jeden Fall. Denn wer weiß schon, außer den Ladenbesitzern, wie groß so ein Laden jetzt genau ist. Da steht man dann hoffnungsvoll in der Kasse mit seinem E-Schrott. Nur um dann zu erfahren, dass dieser Laden jetzt blöderweise aber mit einer Verkaufsfläche von 790 Quadratmetern nicht unter die Regelung fällt. Außerdem, und das finde ich noch viel wichtiger, diese 800 Quadratmeter Grenze, die macht auch mögliche Kontrollen schwierig. Also wenn es denn dann mal Kontrollen geben sollte, irgendwann vielleicht. Zum Beispiel könnte kontrolliert werden, ob die Geschäfte ihrer Informationspflicht, das E-Schrott abgegeben werden kann, denn nachkommen. Und wenn das Ordnungsämter machen wollen würden, dann müssten die ja jetzt erstmal in Erfahrung bringen, welche Geschäfte tatsächlich unter die Regelung fallen. Denn die Ordnungsamtmitarbeiter ja, die können ja auch nicht einfach in den Laden gehen und mal eben die Verkaufsfläche auf den Quadratmeter genau abschätzen. Eine einfache Lösung liege darin, diese Größenspielerei einfach deutlich niedriger anzusetzen. Zum Beispiel bei, sagen wir, 100 Quadratmetern. Dann wäre jeder Kiosk um die Ecke auch raus, aber all die Lidl und Co., die wären anständig in die Pflicht genommen. Achso, eins noch. Ihr könnt jetzt nicht einfach mit einem Bollerwagen voll E-Schrott zum nächsten Supermarkt fahren und da das alles abgeben. Egal, wie klein die einzelnen Teile in eurem Bollerwagen sind und egal, wie groß der Supermarkt, wo ihr euren E-Schrott abgeben wollt. Denn ihr dürft höchstens drei Teile desselben Typs auf einmal abgeben. Alles andere spielt keine Rolle. Wo ihr den E-Schrott herhabt, ob ihr noch einen Kassenzettel habt oder ob ihr gerade was in dem Geschäft, wo ihr den abgeben wollt, kauft, das alles ist egal. Fazit. Ja, es ist etwas zum Haare raufen. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das adressiert das Recyclingproblem an der genau richtigen Stelle, nämlich beim Sammeln. Und es bietet eine sehr gute Lösung, nämlich Supermärkte und Elektrofachmärkte als neue Annahmestellen. Dass der Staat aber überhaupt nicht dafür sorgt, dass die Geschäfte das auch ordentlich umsetzen, das neue Gesetz, das ist einfach indiskutabel. Ich kann mir ja die tollsten Regeln ausdenken. Wenn sie nicht umgesetzt werden, ist das alles sinnlos. Das Gesetzespapier, das mag geduldig sein, Klima und Umwelt, sind es aber nicht mehr. 1,8 Millionen Tonnen E-Schrott gibt's in Deutschland pro Jahr. 1,8 Millionen Tonnen. Davon sammeln wir nur die Hälfte wieder ein. 1,8 Millionen Tonnen, das sind 1,2 Millionen die Pferde, by the way. Wenn's noch so viele gäbe auf der Welt. Gibt's aber natürlich nicht. Ich geh jetzt jedenfalls zum Elektromarkt bei mir um die Ecke und frag nach diesen Hinweisschildern, die gibt es da nämlich nicht. Seinen E-Schrott abgeben kann man da allerdings auf jeden Fall. Das hab ich schon gemacht, das gibt man da einfach an der Info ab. Also bin ich zu der Info hin und stand da brav eine Viertelstunde lang in der Schlange. Und als ich dann an der Theke stand, mein E-Schrott zeigte, sagte der Mitarbeiter, also da mit ihrem E-Schrott, da hätten sie auch einfach an allen vorbeigehen können, das einfach hier auf die Theke legen. Ja, super. Man muss es nur halt wissen. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer da auch Wiedermacht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo mit, zeigt, dass ihr uns mögt und erzählt von uns. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch fragen, ob man auch spenden kann, kann man, alles dazu in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert, macht es gut, bis zum nächsten Mal.